Der Startschuss ist gefallen. An ein Zurückdachten vielleicht nur noch Warmduscher. Dann der Sprung in die eiskalte Nordsee. In Jütland in Dänemark sorgte das Winterschwimmfest für Gänsehautmomente. Einfach großartig, das gibt mir den richtigen Kick. Dafür sorgen die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin, die der Körper ausschüttet. Ein Extrem-Badespaß, der auch in anderen nördlichen Gefilden begeistert. Ich fühle mich toll. Ich bin schon bereit für eine zweite Runde. Los geht's. Die Veranstalter rechneten mit 2000 Schaulustigen. Zum Aufwärmen gab es Glühwein, Schnaps und Saunagänge. Da konnte selbst der Weihnachtsmann nicht widerstehen. focused. Geilwein, Schnaps und Saundag. Aufwärmen. Vielen Dank.